hallo liebe e-scooter freunde herzlich willkommen zum weiteren video von wma hier bei youtube wir haben ja bereits in den vorangegangenen videos jetzt eben auch den dämpfer gewechselt haben den neuen schicken lenkungsdämpfer montiert und natürlich auch in diesem video möchte ich mit euch gerne ein neues produkt eben auch an diesem scooter ausprobieren auch jetzt geht es wieder um ein produkt was ich euch absolut ans herz legen kann denn auch das trägt maßgeblich zur fahrsicherheit bei und zwar hat es ja bereits bei meinem pro 2 gesehen dort habe ich ja die monorim fußstütze verbaut diese habe ich jetzt auch hier wieder in der hand geben dementsprechend für max g 30d modelle und das ganze wird quasi hier am hinterrad eben auch vor dem kotflügel montiert wichtig für euch zu wissen ist all diese modifikationen kann man ja ganz einfach rückrüsten ohne eben auch eine beschädigung im nachhinein zu haben jetzt müssen wir hierfür aber wenn wir das ganze montieren ein kleines stück von dem originalen trittbrett wegschneiden das sollte euch bewusst sein ist für mich kein störfaktor aber eben bevor man es montiert sollte man sich darüber im klaren sein dass dort eine kleine modifikation gemacht werden muss wir werden das ganze jetzt eben auch zusammen vorbereiten packen das ganze eben einmal zusammen aus montieren es eben im schluss aus und schauen uns das ganze noch mal an eben auch der originale klappmechanismus kann weiterverwendet werden das ganze passt sehr gut ich habe es ausprobiert habe schon angehalten und werden das ganze jetzt eben erst mal zusammen anschauen und dann eben auch montieren los geht's dann packen wir es wie gewohnt auch das gute stück erst mal aus also einmal unten den kleber lösen und eben auch aufklappen styropor hat sich schon selber beseitigt dann sehen wir einmal wieder die gewohnte visitenkarte auch die brauchen wir nicht aber hier auch schön kommt direkt mit im bus mit den vier neuen schrauben natürlich auch wir kennen es bereits direkt mit schraubensicherung dann was ich ein ganz schönes accessoire finde ist es gibt ja dann die auflage den aufkleber den gummi den man dann quasi eben auch auf die fußstütze aufklebt der kommt direkt in drei verschiedenen farben auch ganz schön schwarz-rot-volt man könnte fast meinen dass es für deutschland gemacht ist weiß noch nicht ob ich für das rote oder eben auch auf schwarze gehe ist aber denke ich für jeden was dabei und dann haben wir hier eben auch in der verpackung die fußstütze das ganze macht einen sehr wertigen eindruck von der verarbeitung selber kann man nichts sagen also der macht wir verwenden in dem fall die vier originalen schrauben vom flügel und denke von daher sollte das ganze auch recht einfach anzuschrauben sein wir legen direkt los und ich richte die kamera für euch wie bereits erwähnt müssen wir erstmal hier den hinteren teil von dem originalen trittbrett hochklappen wird ganz einfach einfach drunter gehen dann ein bisschen hochziehen auf der seite auch dann können wir das ganze auch schon ein wenig nach vorne klappen so ihr seht darunter kommen die originalen schrauben zum vorschein die in dem fall den kopf flügel halten die werden jetzt erstmal rausschrauben dazu braucht man immer schlüssel in dem fall die größe 3 wir sehen können und damit lockern wir das ganze einmal raum sind verdächtig lose ich hab's nicht vorbereitet dann können auch direkt die fußstütze zur hand nehmen mal schauen wie weit ich das ganze noch nach vorne klappen muss das dürfte aber so auch erst mal reichen dann kann man eben auch schon die erste schraube ansetzen um es ganz auszurichten dazu immer wieder den beutel zur hand muss brauche ich in dem fall nicht für die schrauben brauchen jetzt einen 2 1 halber im bus die schrauben mal leicht an bis sie grip hat die anderen beiden sind ein bisschen tricky ihr seht hier sind schon in dem fall eben löcher da müssen das ganze eben dann auch von schauen ob ich so um einsetzen kann die schraube hält dann ziehen wir die schrauben noch einmal final fest so jetzt nehmen wir einmal ein ich nehme jetzt in dem fall in ein schönes scharfes teppichmesser zur hand dann werde ich versuchen hier sehr geraden schnitt zu machen können nachgaben beurteilen gut mit das ganze glück ist die stunde der wahrheit ein schönes scharfes cutter-messer und werde das ganze jetzt einmal ansetzen dann schauen wir mal wie gut das geklappt hat ja ich würde sagen perfekt also was für ein gerader schnitt ja selber ein bisschen stolz auf mich alte stück kann natürlich dementsprechend entsorgen ihr hebt euch auf falls ihr das irgendwann mal demontieren das bleibt natürlich euch überlassen auf der anderen seite kann man die matten eben auch recht preiswert nach bestellen von daher auch kein weltuntergang dann stehen wir noch vor der großen wahl was welches pet wir nehmen ich werde mich jetzt in dem fall eben ich werde das schwarze nehmen finde ich am dezentesten kann man ja auch jederzeit eben noch ändern an der stelle lasst mir auch gerne mal einen daumen nach oben da und eben auch ein abo wenn ihr fragen dazu habt wenn ihr grundsätzlich fragen zum e-scooter habt packt es mir gerne eben auch in die kommentare freue ich mich immer drüber oder eben auch anregungen zu neuen punkten oder neuen produkten die ihr gerne sehen wollt die wir dann eben auch zusammen montieren können ganz einfach einmal abziehen muss ich einfach anders hinsetzen dass ich eben auch ganz gut sehe dass das ganze eben auch gerade ist deckt dann in dem fall eben auch die löcher ab heißt wenn ihr das ganze eben demontieren wollt müsst ihr eben auch einmal den die matte beziehungsweise den gummi noch mal abziehen einmal festdrücken vorab wollte ich einfach noch kurz zeigen ich hatte ja schon gesagt dass quasi eben auch die lenkstange weiterhin eben natürlich mit dem transporthaken benutzt werden kann das zeige ich euch jetzt einmal und zwar ihr seht rastet nach wie vor ein und durch diese aussparung hier an der seite könnt ihr das ganze eben weiterhin auch benutzen und den roller hoch geben und alles schon mal gut dass es gegeben ist befürchtung am anfang war eben auch dass man es nicht weiter benutzen kann aber ihr seht das geht jetzt für mich aber an der stelle eben auch schon mal vielen dank fürs zuschauen freue mich auf das nächste video mit euch bis zum nächsten Mal